Hallöchen da draußen und weiter geht's mit Let's Play Rocket League Es geht los! Und ich hab Deckmann zerstört Erster Ballkontakt! Und wir haben einen Tor! Brainstorm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Brainstorm X-Ray Voll fail! Voll fail! Guck mal, ich hab den noch zerstört, den einen da! Und dann Brainstorm mit der Königsmütze! Oh Mann! Den muss man natürlich auch mal kriegen, mit 88 kmh drückt der das Ding wieder rein und wir sitzen jetzt hier bei Rocket League Aber da ist alles noch drin Mal gucken, wie stark unsere Gegner sind Diesmal sind es ganz andere Leute Hier wieder die blaue Seite Ja der war gut Es ist auch ein total geiles Stadium jetzt gerade wieder Ja! Ja der geht noch ein! Oh mein Gott! Wie knapp das war! Meine Fresse! Oh! Eben hab ich das ganz gut geschafft mit diesem Sidewärts Kick Ich muss mich auch gerade wieder umgewöhnen, dass sie jetzt wieder blau sind Scheiße! Boah! Können wir mich wegschieben hier teilweise Ach! Nein! Diese Luftbälle, die ich immer verpasse Oh Gott, das ist tödlich Oh! Oh nein! Da ist einer zerstört! Der Ball ist noch hot Boah! Wie die im Enge grölt Ja kein Wunder Es ist wieder Hochspannung hier Alle vorbei Wir haben auf wem Nein! Den hätt ich weggemacht Der titscht rum an die Latte Steh noch Oh! Gott sei Dank Die sind anscheinend nicht ganz so Ne, nicht ganz so wie die anderen Ja, aber die anderen, ne? Ja, ich weiß es nicht Ja, stimmt schon So wie wir Genau, so wie wir Ich springe auch nicht Aber sie kriegen ihn rein Sie kriegen ihn rein SCA 6er Da war ich Ich bin irgendwie gerade vielleicht ein bisschen überzockt jetzt gerade Ja? Weil wir jetzt zu viel gespielt haben Ich weiß nicht Aber Was? So was gibt's? Probieren wir das weiter Das Spiel kann man gar nicht überspielen Voll süchtig Komm schon Deswegen konnten wir auch noch gar nicht so auf euer Feedback eingehen Bezüglich Teamnamen und so Ja, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen Ne? Ja, würde ich sagen Das mal auswerten Boah Schade Oh Okay, der hat ja Rumpel Nee, der hab ich nicht Aber ich hab ihn Sehr gut Und jetzt? Jetzt kriegst du ihn rein Nein Nein Oh, ich wollte gerade rückwärts gegangen Wollte ich den reindrücken Das wärs natürlich nur gewesen Ja Nein 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 Scheiße, der hat den nochmal so ein bisschen beschleunigt Dann war ich zu langsam plötzlich Und nochmal Der ist heiß Der ist heiß Nein Ja Ja Oh mein Gott Was war das denn? Reingezittert Aber ich steh Aber ich steh Ich hab einfach nur noch abgeblockt Du hast ihn abgeblockt Dann ist der bei dem anderen angetitscht Und dann dadurch rein Ja Wie geil ist das denn? Das war super, das war super Oh Oh Okay, zurücksetzen wieder Nein Nein Oh Scheiße Alter, der war aber zielsicher Ja Der war richtig gut Das war ein verdammt guter Treffer Aufgenommen Ja 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 Voll konzentriert Hier Benni Jetzt den kriege Nein Ich hab den noch Mach es, mach es, mach es Nein Ich hab nicht genug gedreht Oh mein Gott Nein Ja Oh Alter Voller Overkill Oh Ich hab so einen Seitwärts-Falz hier wieder gemacht Und der hat auch noch gut getroffen Nein Ich hab nicht getroffen Ja, der kommt rein, der ist wieder drin Ey, wir verlieren zu viel Zeit, Leute Wir stehen Ja, ja, ich weiß Ich weiß Nein Wir titschen uns selber gerade weg Okay, zurück Oh, da ist einer weg Ja, ich muss mal einen ausradieren Sehr gut Schnell, Benni Jetzt, jetzt, jetzt Oh Sergeant Rumpel noch da Warte, ich komme Nein Wie konnte ich da vorbeispringen? Das ist so schlecht gewesen Wir haben voll versaut Oh nein So ein wichtiges Tor So, jetzt kommt schon Nein Wir sind immer noch in der Hälfte Ich treffe auch nicht mehr richtig Ich versuche einfach die anderen von euch Nein Nein Oh Es gibt's doch nicht Das ist für ein Chaos Nix da, den kriegen wir nicht da rein Der bleibt da Der bleibt jetzt bei denen Ich bin jetzt in Rage Mode Noch eine Minute Oh nein, es gibt's doch nicht Direkt vom Tor Nein Doch, der ist da drin Der ist drin Der ist drin Der ist drin Oh mein Gott Zwar ein bisschen lucky, aber egal Alter, wie ich da vorbeispringen Guck dir erstmal an, das darf doch nicht passieren Ich warte auf den Ball Ja Und dann Der ist einfach reingetillt Springe ich da Springe ich da so durch, weißt du Habe ich den Schwung nicht hoch genug angesetzt Doch, noch ein Tor Ein Tor Ein Tor Ein Tor Ein Tor Oh, es ist sehr knapp Pfeilrückzieher, ich probier's Ne, es klappt nicht Nein Nein Die sind auch überall Wir haben einen Pfeilrückzieher Yes Jetzt, jetzt, jetzt Den kriegen wir Nicht beide behindert Nicht euch gegenseitig Nein, 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 nein Ja 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 Ja, der geht rein Ja 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 Wie wenn Ja Boah wie vor allem Guckt euch das mal an Zack Wieder mit dem Seitwärtsding Der ist wichtig Den drauf zu haben Ich glaube ich mach jetzt so einen Spanischen Sportkommentator Mach ich dann Ja mach mal, komm Go Go Oh mein Gott Nein Nein, der fliegt gut Der fliegt gut Ich bleib in der Mitte Zur Sicherheit Oh, ich hab ihn noch bekommen Aber nicht gut Oh, der ist ja, der ist ja Rumpel, der haste Ja Ultra Göttung Und der titscht Der titscht auf der ehre Seite Oh, der geht so rein Hau rein Hau rein Hau rein Ja Ja Juhu Juhu Was für ein Geschrei In diesem Spiel Aber was für ein Wow Nach den zwei Folgen Wo wir jetzt naheinander verloren Tut es so gut Jetzt wirst du auch noch Drei Sekunden ohne Scheiß Drei Sekunden Wenn wir das jetzt nicht hinkriegen Da weiß ich auch nicht Ja, das kann ganz plötzlicher werden Kennt das Nee, nee, nee Da ist es Der Schluss sitzt Juhu Sieg Sauber Endlich wieder Tomahar Alter Boah Das war souverän Und der Benni Oh, der Benni macht das Revanche machen wir noch, ne? Ja Wir machen ja immer ne Revanche Ja, ne Revanche gibt's noch Ah, schön Boah, ich bin so überanstrengend gerade Fertig, ey Mit den Nerven, ey Das war, das war wieder Alter Finne Das war echt Uiuiui Aber es ist echt merkwürdig, wieso So ein Spiel dann doch die Emotionen hochkochen lässt Äh... Ja Kenn ich bei keinem anderen Spiel Oh, sorry Oh, sorry Oh, ich war grad so perplex, wirst du da? Ich bin bereit Man muss auch erstmal durchschnauben Oh, wirklich Ihr seht's ja selber Die Sprung wieder bei Nacht Oh, die Nacht Die Nacht bricht hier rein Boah, ich glaube ich hab, äh Einen Krampf in meinem Sprungfinger Ich bleib mal hinten 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 Ah, schade Alter Okay Der ist heiß Nein Ey, ich krieg's immer noch nicht Also das nervt mich wirklich ein bisschen Das ich nicht schaffe, so wirklich Die Ballhöhe bei den Luftbällen zu Irgendwern Ja, aber das ist glaube ich auch ne Sache Die man nicht so ganz einfach hinkriegt Ne, das muss man echt später lernen Oh Gott, alle vorbei Oh Nein Ich hab ihn noch mit Oh, egal, das hat gerade eben auch so angefangen Der schlackere ich mit den Ohren beim Bad Slacker Bad Slacker Oh, wie alle kommen, wie wir alle vorbeifliegen Wie er nur so anhüppt eigentlich mit 72 kmh Hm, naja Passiert, ne, shit happens Ich bleib hinten Oh, wer hat mich da denn erwischt eigentlich? Oh, da komm da zu mir Soi komisch Ich hab den ein bisschen gehittet Ich hab probiert den Typen wegzubouncen Nein Übers Tor Oh mein Gott Und der Nächste Ran vorbei Aber jetzt, jetzt können wir Counter machen Jetzt ist unsere Chance, ja Boah, mich hat einer totgefahren Sauber Benni Okay Okay, ich komm von hinten Bitte was? Nein Oh nein Bin jetzt mir überlassen sollen Bin jetzt mir überlassen sollen, schade Da hab ich an der Weg gemacht Oh nein Oh nein, der drückt ihn rein Rumpel Boah, muss ich bremsen kurz Oh Gott, der titzt dazu rein Oh Oh, sehr schön, sehr schön Ja 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 Scheiße, man Wir haben kein Tor geschossen Ja, es kommt jetzt, kommt jetzt Es ist gerade in der Mache Ja, war echt Ja Ich sehe es auch Ich spüre es auch Ich spüre es auch, Freunde Ja Ja, da ist es doch Ja, da ist es doch Ja, ich hab ihn weggenäzt, Benni Der an der Seite Oh, da hat er den verpasst Rumpel, den hast du? Nee, den hab ich nicht Den hab ich immer noch Ah, jetzt nicht mehr Boah Ja, 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 der kommt gut Nein Nein Oh, was für ein knappes Ding Ich darf den Staub besorgen Noch mal rausgehauen Ja Oh, shit Shit Ich krieg, bin Ah, ich bin kein guter Verteidiger Echt So Pfeilrückzieher Nochmal hier Da ist schon wieder einer, der hat so Regenbogen, äh, Dinger Ja, das hab ich auch Das will ich auch haben Der geht rein Jaaaa Mitgebaut mit dem Ball Falls es doch nicht was geht Da ist der Ausgleich Ja, wunderbar Der stark gehoffte Und dann, Bäm Und nochmal hier an der Seite so Ja Auf Sicherheit Auf Sicherheit Ey, sicher ist sicher Ey, ich zieh durch Ich zieh durch Ja, wir ziehen alle durch Ah, das war schlecht von mir Okay, sind wir schnell genug hinten? Um ihn zu sichern Weil jetzt So ein Kassieren ist halt immer eine ganz bittere Nummer Jaa Geht noch Halbwegs Unterkontrolle Benni, den hast du Oh Gott, alle vorbei Okay, ich machs Warum, warum? Falsche Richtung, falsche Richtung Tauberei Ich halte ihn in der Luft Oh, das gibt's doch nicht Das war so schlecht Mach dir leider mich Schaut gehauen Okay, wieder Ich bleib mal hinten laden Ja, ich weiß Das war ein bisschen blöd Du hättest vielleicht ein Tor gemacht, ne? Ja, egal Das ist... Okay, der ist drin, der ist drin Nee, der ist drin Ja, ja Ich hab's doch gesagt Danke Brainstorm Ich hab's doch gesagt Ich hab's doch gesagt Sauber Was für ein Ball Was für ein Tor vor allem Hä? Ein gutes Tor Ja, war aber sehr lucky halt Für dich für uns Für uns Für uns Heute haben wir dann wieder eine Siegesserie vielleicht sogar Oh, 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 nein Aaaaah Oh, da einmal gesagt und Michigan Ja, ich bin einmal, einmal nicht gesprungen Und der hat das höhere Auto gehabt O delta und der hat aber an die Decke geschossen Ja, ja, genau Das war auch ein lucky shot, genauso puh, ist da spannend, ey So, diesmal hab ich den schön nach vorne gehauen Alter Ganz ich bin, wehe ich hier Das ist gar nicht so gut. Doch, ich habe hier mal recht gemacht. Zerstört habe ich den. Geil, der Benni fliegt. Nein, vorbei. Ich fliege aber weiter nach vorne. Oh, der hat den Benni zusammatscht. Okay, Rumpel, komm. Schön, schön, schön. Bin in der Mitte, bin in der Mitte. Da geht er rein. Nein, wieso nicht? Nochmal. Oh nein. Oh Gott. Und, jetzt ein hoher Ball. Nein. Ich wollte den rückwärts noch holen. Boah, das ist die dritte Zerstörung in diesem Spiel. So, jetzt der Zaraza, jetzt kriegst du ihn. Nein, knapp vorbeigetitscht. Und spielt eine Zerstörung. Wieso wird denn hier eigentlich gerade alles zerstört? Das muss mal sein. Aggressionen raus hier. Das ist ja ein Hooligan-Spiel. Jetzt, jetzt, jetzt. Fuck. Immer noch 2-2. Was für ein spannendes Spiel. Oh, Salazar, du bist der Einzige, der hinten ist. Nein, ich wollte zerstören. Was ist denn alles safe? Boah, ich habe ihn gerettet. Super, Rumpel. Yeah, ich habe ihn rausgenockt. Mit dem Arm. Sehr schön. Oh, ja. Ja. Nein. Ja. Sehr schön. Ost, Schuss. Jawohl. Das ist der Siegesstreffer. Ost, die drin. Im Notfall wäre ich da auch 100 pro gewesen. Man sieht das jetzt nochmal schön. Also den hätten wir so oder so reingemacht. Ne, der wäre auf jeden Fall. Das war ein gesicheres Ding. Soll jetzt noch eins kommen. Okay, ich probiere jetzt eins zu zerstören. Wie sehe ich jetzt den Spieler an? Oh, schade vorbei. Zerstörung. Ne, passt auf. Nur noch 10 Sekunden müssen wir durchhalten. Nein. Nein, Eigentor, Rumpel. Warum? Nein. Warum? Das ist nur Ihr Ernst, oder? Warum Eigentor, Rumpel? Warum macht ihr das? Ich wollte weiterspielen, verdammt. Ey. Ich wollte gewinnen, Mann. So, so. Da hast du vielleicht vorher Fragen. Oh mein Gott. Das war wirklich nicht so geil. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ah, passiert, passiert. Es ist mir auch schon passiert. Passiert eben. Ah. Scheiße, ich wollte gerade mal ein Pfeilrückzieher machen. Ich gucke immer nur noch auf den Ball. Ja, ja. Ja, ich bin voll am Stangen. Deswegen übersehen wir uns auch gegenseitig da. Ja, ja, das passiert öfter. Oh Gott. Sehr gut. Ja, ist vorbei geheizt. Okay. Interessant. Konzentration. Ah, der ist immer noch heiß. Nimm den, den. Da, 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 da. Schau, ich stehe in der Mitte, ich stehe in der Mitte. Stehe in der Mitte. Stehe in der Mitte. Reit von der Attacke. Okay, ich versuche, reinzupassen. Oh, da wäre, da wäre eine Möglichkeit gewesen. Ah, scheiße, mit meinem Pfeilrückzieher soll ich nicht sein lassen. Es kostet mehr Zeit als. Geh auf die Gegner. Nein. Nein. Oh, das kann nicht so gut. Und ich hatte den noch abgewählt sogar. Oh Mann. Ja, egal, 1,1. Guck mal, ich habe den noch, da war ich noch scheiße, Mann. Und dann, ah, die haben jetzt das Ding wirklich. Shit. So, jetzt ist es eigentlich unentschieden, weil wir haben 1,1, ne? Ja, dann müssen wir in der nächsten Folge nochmal gegen die spielen. Ne? Ja, eigentlich schon. Oder wollen wir jetzt noch eine spielen? Nee, komm, machen wir in der nächsten. Ich brauche eine Pause, Alter. Ist immer so anstrengend. Ey, wir haben unser Bestes gegeben. Wir waren noch nicht schlecht. Das war eine super Nummer. Ja, ich bin auch für ein kurzes Päuschen. Ui, ui, ui. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Rocket League. Wuhu, wuhu. Ciao.